Meine persönlichen Schwerpunkte sind sicherlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich bin selber Mutter und einer Tochter unberufstätig und ich erfahre das selber, aber auch im Bekanntenkreis, wie schwierig es ist, das Thema Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen für Familien und für Kinder verbessert werden. Für unseren Kreis, ich halte ganz wichtig, das Thema ÖPNV und Verkehr. Ich möchte, dass die Bahn verlässlicher wird, dass die Preise sinken, damit auch der ÖPNV für Menschen, die das Auto benutzen, auch attraktiver ist, damit einfach auch viele Staus vermieden werden.